Feuer, Kraft, Mobilität und enormer Schutz für die Besatzung. Das sind die herausragenden Eigenschaften des neuen Schützenpanzers Puma. Die Bundeswehr rüstet ihre Panzergrenadierbataillone mit 341 schlagkräftigen Raubkatzen aus. Die 30 mm Maschinenkanone des Puma ist voll stabilisiert und treffsicher. Brachial, Motorleistung, Feuerkraft, Auftreten oder visuelle Wahrnehmung des Fahrzeugs, Brachial. Hinzu kommen modernste Aufklärungs-, Informations- und Feuerleitsysteme. Die Geschwindigkeit, die Präzision der Waffe, die Möglichkeit eben aus der Bewegung herauszuschießen und natürlich der große Schutz. Der Puma bewegt sich in Sachen Leistung auf Augenhöhe mit dem Kampfpanzer Leopard 2. In einigen Bereichen ist der hochmoderne Puma dem Leopard 2 technologisch sogar voraus. Der Puma ist einfach das Nonplusultra. Einer der besten Schützenpanzer der Welt. Der Puma ist extrem innovativ und vereint die Tugenden des deutschen Panzerbaus. Die Lüneburger Heide, Truppenübungsplatz Bergen. Auf der sogenannten Informationslehrübung Landoperationen präsentiert die Bundeswehr hier alljährlich ihre Fähigkeiten und Schlagkraft. Besonders im Mittelpunkt der Puma. Zugegebenermaßen ist natürlich durch das System des Schützenpanzer Puma haben wir natürlich enorm gewonnen. Nämlich durch die Härtung des Fahrzeuges, durch seine Technik, die es mitbringt. Letztendlich dann wieder im Verbund mit den Panzertruppen oder mit der Panzertruppe dann letztendlich dann wieder gemeinsam auch schlagkräftig agieren zu können. Weil wir natürlich auch unter anderem durch die stabilisierte Waffenanlage, also das Feuern aus der Bewegung, die Schnelligkeit, die dieses Fahrzeug hat, letztendlich dann da wieder aufzuschließen. Teilweise muss man auch sagen, schneller sind als die Panzertruppe. Das Zehnzylinder-Triebwerk des Puma entwickelt satte 1090 Pferdestärken. Sechs Gänge sorgen im Gelände und auf der Straße für die optimale Umsetzung. Auf der Straße erreicht der Puma Tempo 70. Dort reicht eine Tankfüllung für circa 600 Kilometer. Im Gelände sind es rund 300 Kilometer. Erst 2015 offiziell eingeführt, soll der Puma weltweit eingesetzt werden können, wenn er die volle Einsatzreife erlangt hat. Der Puma ist das bisher teuerste Rüstungsprojekt des Heeres. Gesamtkosten rund 3,1 Milliarden Euro. Ein Exemplar kostet gut 9 Millionen Euro. Dafür ist er mit neuester Hightech ausgerüstet. Im Gegensatz zum Schützenpanzer Marder haben wir den starken Vorteil, dass wir hier mit einer stabilisierten Waffenanlage kämpfen können. Wir im Gegensatz zum Schützenpanzer Marder ein Laserentfernungsmesser einsetzen können. Das weitere ein stärkeres Triebwerk. Und wir hier halt eben mehr Firepower an den Mann bringen können. Die Hauptwaffe ist die vollstabilisierte 30 Millimeter Maschinenkanone. Kampfentfernung maximal 3000 Meter. Daneben verfügt der Puma über ein Maschinengewehrkaliber 5,56 Millimeter. Zur Verteidigung im Nahbereich dient künftig die Sekundärwaffenanlage, die nicht tödliche und tödliche Granaten abfeuern kann. Der Lenkflugkörper Spike Long Range bekämpft Kampfpanzer und Hubschrauber. Der Lenkflugkörper ist eine israelische Entwicklung. Die Bundeswehr hat mehr als 1100 dieser Panzerabwehrraketensysteme bestellt. Der Spike kann abgesessen von einem Infanterietrupp oder aufgesessen von einem Panzer wie dem Puma aus abgefeuert werden. Maximale Reichweite 4000 Meter. Der Panzerabwehrlenkflugkörper ist eine sogenannte intelligente Waffe. Das Geschoss bietet die Option, erst während der Flugphase Ziele auszuwählen, Ziele im Flug zu wechseln und manuelle Korrekturen der Flugbahn vorzunehmen. Der Gefechtskopf besitzt eine Tandem-Hohlladung, die selbst Kampfpanzer zerstören kann. Der Schützenpanzer Puma ist Teil des neuen Systems Panzergrenadier. Besonders viel Wert wurde deshalb auch auf das zweite Element gelegt, den Schützentrupp. Dieser besteht aus sechs Soldaten, die sich hinten im sogenannten Kampfraum gegenübersitzen. Der Schützentrupp ist das erweiterte Auge und der erweiterte Arm der Kernbesatzung, also dem Fahrer, Richtschützen und Kommandanten. Bildschirme und Informationssysteme sorgen via Datenanbindung dafür, dass jeder Schütze ständig im Bilde ist, was um den Puma herum passiert. Das beste Beispiel ist letztendlich das Mission-Setting während der Bewegung für den abgesessenen Schützentrupp. Das ist das, was ich vorher abgesessen machen musste. Also ein hoher Zeitansatz, den ich einkalkulieren musste, das minimiere ich jetzt eben durch die Technik, dass ich während des Anfahrensans-Objekt bereits eine klare Auftragsvergabe an den Schützentrupp habe, der dann im Absitzen letztendlich dann schon seine Mission kennt und dann sofort agieren kann. Der Schützentrupp ist die Infanterie der Panzergrenadiere. Gerade in den Bereichen, in denen der Schützenpanzer nicht hinkommt. Oder wo er mit seinen Aufklärungssystemen nicht hinschauen kann, weil Hindernisse wie Häuser im Weg sind. Dort kämpfen sich dann die abgesessenen Panzergrenadiere voran, versuchen Häuser und Stellungen des Gegners einzunehmen. Gesichert werden sie dabei am Boden durch ihre Schützenpanzer und die Leopards der Panzertruppe. Von der Luft aus übernehmen Kampfhubschrauber den Schutz. Die Einheiten agieren gemeinsam auf dem Gefechtsfeld. Das nennt man Verbund der Panzertruppen. Die weitreichenden Aufklärungssysteme des Puma sind dabei der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Wer den Gegner zuerst erkennt, kann zuerst schießen. Im Unterschied zum Marder haben wir beim Puma zwei unabhängige Optiken. Das heißt, wir haben die Optik für den Kommandanten oben auf dem Turm, das Peri. Und wir haben die waffenführende Optik unten für den Richtschützen. Das Peri ist jetzt 360 Grad schwenk- und richtbar, unabhängig vom Turm. Das heißt, der Turm kann nach links beobachten mit der Wau für den Richtschützen. Und der Kommandant kann nach rechts beobachten, kann dem Richtschützen aber auch eine Zielzuweisung machen, sodass der Turm dann auf das Peri einschwenkt und dann der Richtschütze auf das Ziel, was der Kommandant aufgeklärt hat, den Feuerkampf führen kann. Im Kampfeinsatz nutzt der Kommandant das stabilisierte Peri. Der Richtschütze verwendet die stabilisierte Waffenoptik mit Zoom-Objektiv, die Hauptoptik. Um die exakte Kampfentfernung für die Maschinenkanone und die verschiedenen Munitionsarten zu bestimmen, wird ein Laser verwendet. Selbst in der Dunkelheit ist der Puma dank seiner hochmodernen Nachtsichtsysteme voll einsatz- und kampffähig. Der Puma verfügt als erster Schützenpanzer der Bundeswehr über die sogenannte Hunter-Killer-Funktion. Zielaufklärung und Bekämpfung können vom Kommandanten und Richtschützen parallel ausgeführt werden. Beim Marder ging dies nur nacheinander. Damit schließen die Grenadiere beim schnellen Feuerkampf zum Leopard 2 auf. Besonders effektiv kann die sogenannte Airburst-Munition eingesetzt werden. Die Geschosse sind mit 162 Wolfram-Splittern gefüllt, die jeweils 1,24 Gramm wiegen und sich nach dem Zünden spiralförmig ausdehnen. Die Munition hat mehrere Szenarien, die wir vorgeben können von der Entfernung her. Wenn ich 10 Meter vor dem Ziel zum Beispiel detoniere, habe ich einen engen Streukreis mit einer höheren Durchschlagsleistung. Im Gegensatz dazu, wenn ich zum Beispiel oft 40 Meter detonieren lasse, habe ich einen breiten Streukreis mit einer gängeren Durchschlagsleistung. Das kommt dann immer auf das Ziel an, was ich bekämpfen möchte. Wenn ich zum Beispiel einen Tonner oder ein leicht gepanzertes Fahrzeug bekämpfe, eher kleiner Streukreis mit mehr Durchschlagsleistung, bekämpfe ich jetzt abgesessene Infanterie, dann lieber einen größeren Streukreis mit einer wie geringeren Durchschlagsleistung. Das Airburst-Geschoss ist programmierbar. Der Richtschütze kann ihm einen genauen Zeitpunkt vorgeben, an dem es explodiert oder umsetzt, wie es im Militärdeutsch heißt. Der Puma hat dafür vorne am Rohr einen Aufsatz, die sogenannte Tempire-Einheit. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Das Geschoss kommt hier angeflogen. Hier vorne in dem Bereich habe ich zwei Messspulen, wo die V0 des Geschosses gemessen wird. Das heißt Start- und Stoppgeschwindigkeit der V0. Das Ganze geht über das Kabel zu einer Rechne-Einheit, wird dort berechnet und hier vorne im letzten Drittel der Mündungsbremse wird dann das Geschoss programmiert, also hier vorne, wie weit entfernt das Geschoss detonieren soll. Das heißt, er kriegt hier die Entfernung über eine Zeit und dementsprechend detoniert das Geschoss dann 20 Meter vor dem angeläserten Ziel. V0 ist die Mündungsgeschwindigkeit, also das Tempo des Geschosses, wenn es das Rohr verlässt. Danach wird es nicht weiter beschleunigt. Es verliert kontinuierlich an Geschwindigkeit, zum Beispiel durch den Luftwiderstand. Solche Faktoren werden von der Waffenanlage berücksichtigt und exakt berechnet. Die Kanone kann so auch effektiv gegen relativ schnelle Ziele wie Hubschrauber eingesetzt werden. Der Puma ist aber nicht nur Jäger. Er ist auch immer Gejagter. Unverwundbar, wenn ihn Panzerabwehr-Lenkflugkörper bedrohen. Deshalb ist er mit einem Schutz ausgestattet, der eigentlich aus der Militärluftfahrt stammt. Es ist ein System in diesem Fahrzeug verbaut, was beispielsweise erkennt, dass das Fahrzeug angelasert wird durch ein feindliches Gefechtsfahrzeug. Was ebenfalls erkennt, dass sich ein Lenkflugkörper im Anflug befindet. Und mit dem System können elektronische Maßnahmen ergriffen werden, um diesen feindlichen Lenkflugkörper zum Absturz zu bringen. Und es kann auch automatisch beispielsweise der Bordnebel ausgestoßen werden, sodass die Position und die Stellung des eigenen Fahrzeugs verschleiert wird. Zum Schutz gegen panzerbrechende Geschosse besitzt der Puma zudem eine sogenannte Reaktivpanzerung, die zur Abwehr Sprengstoffladungen einsetzt. Eine Störanlage soll die Lenksensorik von Flugkörpern in die Irre führen. Schnellen Sichtschutz bietet die richtbare Nebelmittel-Wurfanlage. Zudem verfügt der Puma über Minenschutz, eine ABC-Schutzbelüftung und Löschsysteme für das Triebwerk und den Innenraum. Nach 150 Millisekunden ist ein Brand im Kampfraum gelöscht. Die Ursprünge des Schützenpanzers Puma reichen bis in die Mitte der 1990er Jahre zurück. Damals war die Bundeswehr noch auf der Suche nach einer Universallösung für einen neuen Kampf, Flugabwehr und Schützenpanzer. Diese Idee wurde Anfang des Jahrtausends verworfen, da der schnelle Transport und somit das Gewicht in den Vordergrund rückten. 2002 startete unter Führung der deutschen Rüstungskonzerne Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall-Landsysteme die Entwicklung des neuen Schützenpanzers. Aufgrund technischer Probleme mit dem Antriebssystem und dem Laufwerk verzögerte sich das Projekt jedoch mehrfach. Die beiden ersten Serienfahrzeuge gingen so erst Ende 2010 zur Erprobung an die Truppe. Danach dauerte es noch einmal fünf Jahre, bis der erste Puma offiziell von der Bundeswehr übernommen wurde. Die Serienproduktion konnte volle Fahrt aufnehmen. Acht Fahrschulpanzer und 341 Einsatzversionen wurden von der Bundeswehr bestellt. Die eine Hälfte wird bei Rheinmetall im niedersächsischen Unterlös bei Celle, die andere von Krauss-Maffei Wegmann in Kassel hergestellt. Vom ersten Schweißblech bis zum fertigen Schützenpanzer vergehen rund drei Monate. Der Puma ist sozusagen auf Naht genäht, um möglichst jeden Millimeter Platz sinnvoll auszunutzen. Die Fertigungstoleranzen liegen so nur zwischen einem Zehntel und sechs Millimeter, je nach Baugruppe. Jede fertige Wanne wird mit einem Laser vermessen und überprüft, bevor die Systeme eingerüstet werden. Schon kleine Abweichungen würden beim Puma dafür sorgen, dass Komponenten später nicht mehr in ihre vorgesehene Position passen. Der Schützenpanzer ist deshalb ein großes dreidimensionales Puzzle, das aus fast 37.000 Einzelteilen besteht. Wenn ein Puma die Werkshallen verlässt, stecken allein in der Endmontage 5000 Arbeitsstunden. Der Puma ist 31 bis 43 Tonnen schwer, je nach angebrachter Zusatzpanzerung. Seine Länge beträgt 7,60 Meter. Er ist 3,60 Meter hoch und fast vier Meter breit. Der neue Schützenpanzer ist damit das breiteste Fahrzeug des deutschen Heeres. NATO-Übungsplatz Bergen. Schießbahn 19. Mitten in der Lüneburger Heide, ein paar Kilometer vom Ausbildungszentrum Munster entfernt. Hier beginnt für die Kompaniechefs, Zugführer und Spezialisten der Panzergrenadierbataillone die Schießausbildung auf dem neuen Panzer. Doch zuvor muss die Raubkatze bewaffnet werden. 200 Geschosse passen in das Schneckenmagazin des Puma, das sich hinten im fernbedienbaren Turm befindet. Von den Arbeitsbedingungen her ist es einfacher. Wir stehen jetzt hier oben auf dem Wannendach und können direkt im Magazin arbeiten. Bei Marder war die Munitionsförderung im Fahrzeug. Das heißt, dann musste der Richtschütze oder der Kommandant die Munition im Fahrzeug vorbereiten. Dann einhängen in den Mun-Körper oder in die Mun-Förderschleife und dann nochmal hochkurbeln. Weil das da alles von Hand ging, hier geht das alles elektronisch. Und dementsprechend war es vom Raum her enger und für große Kommandanten oder große Richtschützen war es halt schwer, da zu arbeiten, ohne sich zu verletzen. Das neue Magazinkonzept beim Puma bringt nicht nur Vorteile. Das sichere Nachladen während eines Gefechts ist nur in Deckung, also in unmittelbarer Nähe der eigentlichen Stellungen möglich. Das Magazin kann mit 80 panzerbrechenden Wuchtgeschossen und 120 Sprengsplittergeschossen gefüllt werden. Zudem ist im Puma Platz für 200 Schuss Reserve. Nach dem sogenannten Aufmunitionieren geht es für die Puma-Neulinge zur eigentlichen Ausbildung. Auf der vollautomatisierten Schießbahn müssen sie zuerst aus dem Stand heraus Ziele treffen. Die klappen auf oder bewegen sich auf Schienen hin und her. Geschossen wird in der Regel mit Übungsmunition, die aus einem gewöhnlichen Projektil, wie bei einer Pistolenkugel, besteht. Wir haben ja den Grundsatz, train as you fight, also trainiere, wie du kämpfst. Und dadurch, dass die Scheiben hier vom großen Verhältnis 0,75 Prozent, also 75 Prozent des Fahrzeuges, der Originalgröße haben, ist, wenn wir hier treffen, die Chance, dass wir das reale Fahrzeug im Erstschusstreffer bekämpfen, deutlich höher. So, dass die Soldaten gewohnt sind, kleine Ziele zu bekämpfen und im Einsatzfall dann eben das größere Ziel sofort treffen. Im zweiten Teil des Trainings müssen unterschiedliche Ziele aus der Fahrt heraus bekämpft werden. Erstmals in der Bundeswehrgeschichte können die Grenadiere dabei Ziele mit dem ersten Schuss sicher treffen und zerstören. Bis auf eine Distanz von 3000 Metern, wenn sie den Puma fehlerfrei beherrschen. Die Munitionsart kann dabei durch den Doppelgurt-Zugführer automatisch gewechselt werden. Die stabilisierte Kanone, die exakte Zieloptik, die Waffenanlage und nicht zuletzt der Laserentfernungsmesser, der auf 40 Kilometer genau ist, sorgen für enorme Präzision. Das Treffen, gerade wenn alle Systeme zugeschaltet sind und optimal von gut ausgebildeten Richtschützen genutzt werden, ist sehr intuitiv und sehr einfach auch auf große Kampfentfernungen geworden. Der Erstschusstreffer ist ja das, was jetzt mit dem neuen System im Vordergrund steht, ähnlich wie das bei den Kampfpanzern der Fall ist. Ich habe Systeme zur Entfernungsermittlung, zum Ausgleich von Bewegungsgeschwindigkeiten von mir und meinem Ziel, um gewisse äußere Einflussfaktoren auszugleichen. Im Endeffekt, wenn ich alles ordentlich eingestellt habe und ordentlich damit umgehe, ziehe ich mein Zielkreuz auf das Ziel, drücke ab und treffe. Dies gilt für die Kanone und das Maschinengewehr gleichermaßen. Beide sind im unbemannten, vollautomatischen Turm integriert. Der ist, im Gegensatz zu anderen Schützenpanzern, nicht mittig, sondern leicht nach links verschoben auf der Wanne montiert. Beim Puma hat jeder Arbeitsplatz seine Besonderheiten und ist mit dem Vorgänger Marder nicht mehr zu vergleichen. Es ist absolut zweckmäßig. Wenn die Zeit dafür da wäre, würde ich mir sogar wünschen, über jeden Bedienplatz ausgebildet zu werden, da man gerade als militärischer Führer eben auch jederzeit Ausbilder ist. Und ja, nur mal am besten etwas ausbilden und weiterbilden kann, was man selbst kennengelernt hat. Der Marder ist der Vorgänger des Schützenpanzers Puma. Konzipiert Ende der 1950er Jahre wurde der 33 Tonnen schwere Schützenpanzer ab 1971 an die Bundeswehr ausgeliefert. Das Heer beschaffte mehr als 2100 Stück. Ein Exportschlager wie sein großer Bruder, der Kampfpanzer Leopard, wurde der Marder nicht. Er war zu schwach motorisiert. Dennoch machten ihn seine Robustheit und Schlagkraft bei den Panzergrenadieren beliebt. Zuverlässig bestand er seine Feuertaufe im Afghanistan-Einsatz und war bei den Taliban aufgrund seiner 20-Millimeter-Kanone gefürchtet. Herbst 2013. In der unwirtlichen Wüstenlandschaft der Vereinigten Arabischen Emirate muss der Puma die Hitzeerprobung meistern. Rund 1200 Schuss werden dabei abgefeuert. Es ist natürlich der Unterschied, dass wir hier ein vollklimatisiertes Fahrzeug haben. Das heißt, wir haben eine Klimaanlage, die uns eben bei Heißerwitterung ermöglicht, eben das Fahrzeug innen herunterzukühlen. Das sind Erkenntnisse, die wir unter anderem auch in Afghanistan natürlich dann gewonnen haben, dass man dort eben mit dem Schützenpanzer extreme Hitze eben hinnehmen musste. Temperaturen von bis zu 50 Grad im Schatten, Wüstensand, fein wie Staub und felsiges Gelände. Hier herrschen Bedingungen, die einen Stahlkoloss wie einen Backofen aufheizen, wenn die Klimaanlage im Innenraum keine kühle Luft produziert. Der Puma ist Hightech. Sozusagen ein schwer bewaffneter, rollender Computer. Und Hitze, daher ein gefährlicher, natürlicher Gegner. Wir haben viele elektronische Hilfsmittel wie Rechner und Sensoren auf dem Fahrzeug, die natürlich, wie man das zu Hause an seinem PC auch kennt, wärmeabhängig reagieren. Das heißt also, die können aufgrund der Überhitzung kurzfristig abschalten. Das wäre natürlich bei einem Waffensystem, was die Waffe eigentlich, wenn sie braucht, auch einsetzen muss und kann, fatal. Das gilt natürlich auch immer für den Faktor Mensch im heißen Klima. Acht Uhr morgens, zurück in Munster. Sandor Rakosi und Tobias Jasper sind im sogenannten Puma-Käfig unterwegs. Die beiden Hauptfeldwebel sind die absoluten Raubtierexperten am Ausbildungszentrum, wenn es um die Technik geht. Ihre Aufgabe? Die frisch ausgelieferten Schützenpanzer unter die Lupe zu nehmen und jeden Fehler oder jede Schwachstelle zu entdecken. Als erstes wird dafür der Puma ausgeparkt, damit genug Platz da ist, um mit dem Turm zu arbeiten. Danach werden besonders wichtige Komponenten wie die Waffenanlage und Mechanik intensiv überprüft. Den wachsamen Augen der erfahrenen Prüfer entgeht in der Regel nichts. Also ich bin für die komplette Waffenanlage und Turm zuständig, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil das nämlich die Lebensversicherung der Soldaten, die auf diesem Fahrzeug sitzen, ist. Und dadurch ist es sehr, sehr wichtig, dass die Waffe funktioniert, einwandweit funktioniert. Und wenn sie im Gefecht sind und Waffenanlagen ausfällt, durch technische Mängel oder was vorher nicht festgestellt wurde, ist natürlich schlecht. Der Schützenpanzer muss alle Anforderungen erfüllen, die im Kaufvertrag zwischen dem Verteidigungsministerium und den Herstellern vereinbart worden sind. Das ist ein sehr komplettes System mit sehr viel Hightech. Das ist ein Krankensprung. Und da kann schon mal passieren, dass da halt Fehler auftreten. In solch einem Fall muss der Hersteller den Mangel beseitigen. Erst danach wird der Panzer offiziell übernommen. So wie Hauptfeldwebel Rakosi die Waffen, kennt Tobias Jasper jede Schraube und jedes Schutzblech am Puma. Er checkt Karosserie, Brems- und Lenkanlage, sowie das Triebwerk. Also ich prüfe, ob man das Sled hoch- und abklappen kann, genauso wie ob man die Leiter runterklappen kann. Weil wenn das alles nicht so richtig funktioniert, dann gibt es nur Probleme. Wenn wir halt zum Beispiel hier in den Standsetzungen raufklettern müssen, und so weiter, wenn wir die Leiter nicht abklappen können, dann irgendwo was klemmt, dann funktioniert das ja nicht einwandfrei. Genauso wie mit den Sleds, wenn hier jetzt irgendwie die Schweißnähte gebrochen sind oder was, wenn die Truppe damit fahren würde, dann würde das alles rumklappern, Verletzungsgefahr besteht, wenn da irgendwas locker ist. Wir gucken halt, ob alles einwandfrei funktioniert. Für Hauptfeldwebel-Rakosi geht es nach der optischen Überprüfung der Waffenmechanik ins Innere des Panzers, auf dem Kommandantenplatz rechts vorn. Jetzt müssen die Elektronik und Waffenanlage zeigen, dass der neue Schützenpanzer auch seine Krallen zeigen kann, die schlagkräftige 30-Millimeter-Kanone einwandfrei funktioniert. Dabei ist wichtig, dass der Turm um die Hochachse frei beweglich ist und die Kanone den maximalen Höhenrichtbereich erreicht. Die gitterartige Rohrabstützung sorgt für eine höhere Präzision. Rakosi feuert ein Geschoss ab, ohne dass dieses gezündet wird und das Rohr verlässt. Dafür wird Exerzier-Munition verwendet, ein sogenannter Kaltschuss. Da ist Kaltschuss jetzt produziert, die Munition hat er ausgeworfen, damit hat er die Abwehrung alles funktioniert, so wie es sein soll. Er meldet sich dann, er holt, dass er Kaltschutz erkannt hat, das alles in Ordnung ist, ich quittiere das und könnte jetzt theoretischerweise weiter schießen. Nach der mehrstündigen Überprüfung geht es für den Panzer zurück ins Glied. Auf die Soldaten wartet jetzt der Papierkram, also der Prüfbericht. Darin werden alle Beanstandungen aufgelistet, wie beim PKW-TÜV. Truppenübungsplatz Munster Nord, Schießbahn 7. Parallel zum Training der Puma-Crews werden die Soldaten der Schützentrupps ausgebildet. Die müssen sich nicht nur mit der neuen Raubkatze anfreunden, sondern auch ein neuartiges Ausrüstungskonzept beherrschen lernen. Das sogenannte erweiterte System-Infanterist der Zukunft führt die Panzergrenadiere vom analogen Marder in das digitale Puma-Zeitalter. In unserem Bedien- und Anzeigergerät habe ich einmal die Möglichkeit, mir über eine Optik selber eine Lagekarte anzeigen zu lassen, sowie in welchen Funkkanälen bin ich, wer sind meine Gruppenteilnehmer, also mit wem kann ich alles gerade funken und meine taktischen Informationen austauschen. Dazu habe ich hier meine verschiedenen Bedienelemente, darum auch der Name Bedien- und Anzeigergerät. Ist das praktisch wie ein Computer, den ich aber überall, wo ich mich gerade befinde, einsetzen kann? Vom Prinzip her ist das hier Tastatur, Maus und Monitor eines Computers. Der eigentliche Computer sitzt hier im elektronischen Rücken. Im übertragenen Sinne kann man das Ganze mit einem Smartphone vergleichen. Die Panzergrenadiere verschmelzen über ihren elektronischen Rücken mit dem Puma. Er bietet Schutz, versorgt sie verbal und visuell mit wichtigen Informationen, wie Aufträgen ihrer militärischen Führer. Sie können ebenfalls Informationen verschicken, die ihren Vorgesetzten helfen, die Lage besser zu beurteilen. Der große Unterschied zum Smartphone, das passiert in einem gesicherten Netzwerk über verschlüsselten Datentransfer. Ich habe eine deutlich höhere Informationsweitergabe und Informationsfluss innerhalb meiner Gruppe. Das bedeutet, dass ich eine deutlich schnellere Weitergabe von Lageentwicklungen habe und somit natürlich schneller auf diese reagieren kann. Dieses Plus an wichtigen Informationen hat aber auch seinen Preis für den Schützentrupp. Mehr Gewicht, das auf den Schultern der Soldaten lastet. Denn das Systeminfanterist der Zukunft beinhaltet nicht nur die Computer-Hardware. Die Soldaten tragen auch eine Reihe von unterschiedlich schweren Waffen und Optiken mit sich. Und für den Eigenschutz werden spezielle Schutzwesten getragen. Im Einsatz sind das schnell 35 bis 50 Kilo extra. Durch die neuen Schutzmodule, die wir haben, die Schutzweste 1 und die Schutzweste 4, ist natürlich auch in einem Gefecht die Überlebensfähigkeit der Soldaten deutlich gestiegen. Dieses geht natürlich so ein bisschen auf Lasten der Durchhaltefähigkeit, da mit Schutz auch immer Gewicht einhergeht. Alle Informationen werden nicht nur dem Truppführer angezeigt. Jeder einzelne Soldat kann sich diese schnell auf einem Helm-Display anschauen. Das spart Zeit und verhindert, dass es bei lautem Gefechtslärm zu Missverständnissen kommt. Auch im Helm-Display kann er diese ganzen Daten, den Operationsplan und die Missionsplanung abrufen. Das heißt, er macht einen Draufblick am Helm-Display, er sieht, was der Führer als taktische Lage eingespielt hat und er weiß, wie er sich dann auch im Gelände zu bewegen hat. Das Ganze wird noch unterlegt mit einem Luftbild oder auch mit einer 1 zu 50.000-Karte, sodass die Informationen immer auf den Meter genau den Soldaten angezeigt werden. Das System Infanterist der Zukunft ist für die Panzergrenadierer der längst fällige Einstieg ins digitale Zeitalter. Dabei gilt, je schneller ein Soldat wichtige Informationen erhält, desto größer wird sein Vorteil, den er daraus erzielen kann. Laute Kommandos, wie früher bei den Grenadieren, um den Lärm auf dem Übungsplatz zu übertrumpfen, sind damit Geschichte. Präzise und umfassende Informationen können lautlos übermittelt werden. Meiner persönlichen Meinung nach ist das irgendwo der Punkt, zu dem die Bundeswehr hin sollte. Technologien, die es mir ermöglichen, meinen Job einfacher durchzuführen. Dadurch kommen natürlich auch wieder andere Ressourcen, also meine Ressourcen, frei. Und ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren. Es dauert aber seine Zeit, bis jeder Soldat die neuen Technologien beherrscht und sinnvoll nutzen kann. Das Training erstreckt sich deshalb über sieben Wochen. Zurück am Ausbildungszentrum Munster, im sogenannten Puma-Käfig. Hier werden die neuen Schützenpanzer abgestellt, mit Überwachungskameras gesichert. Für fünf Besatzungen vom Panzergrenadierbataillon 33 aus Lutmersen, nahe Hannover, steht die Fahrzeugübernahme auf dem Programm. Dabei übernehmen die einzelnen Crews die Werkzeuge Ausrüstung und Zusatzbewaffnung, wie das Maschinengewehr 4, der nagelneuen Schützenpanzer. Wir haben hier so Anlagenblätter halt für den kompletten Satz SBZ. Und da ist quasi die ganze Nummer aufgeschlüsselt, was für den Satz dazugehört. Das überprüfen wir jetzt anhand dieser Liste, ob das wirklich da ist, damit wir das Fahrzeug aufrüsten können, das Material dann vollzieht übernehmen können. Insgesamt müssen die Soldaten mehr als 250 unterschiedliche Teile identifizieren, sichten, überprüfen und nach einem festgelegten Plan im Panzer verstauen. Einige Gegenstände, wie diese Sprechhauben, sind dabei noch original verpackt, andere altbewährt. Rund einen Tag brauchen die Soldaten, um alles inklusive Seriennummern abzuhaken, damit später nichts fehlt und im Ernstfall auch gefunden wird. Hier gibt es also ein Verstauerkonzept, was in den Vorschriften vorgegeben ist. Da hat jedes einzelne Teil seinen Platz, dass jedes Fahrzeug auch gleich aufgerüstet ist. Das heißt, wenn ich ein Fahrzeug mal tausche oder ich umlitten muss auf ein anderes Fahrzeug, finde ich das Material auf einem Fahrzeug genau an derselben Stelle wie bei mir auch. Dazu gehört alles, was nicht fest verbaut zum Panzer gehört. Auch die sogenannte Reaktivpanzerung, die zusätzlich als Schutz vor Geschossen an den Seiten montiert ist. Während beim Autodaheim der Ersatzreifen, das Warendreieck der Wagenheber und Erste-Hilfe-Kasten reichen, muss der Puma selbst solche riesigen Bürsten dabei haben, um auf jede Situation vorbereitet zu sein. Das ist halt nicht wie ein Schweizer Taschenmesser, es ist halt anders, viel umfangreicher, es ist viel mehr Material, es ist halt nicht so kompakt auf einer Stelle verpackt, sondern an vielen kleinen Staufächern am Fahrzeug angebracht, sind alles gut verteilt, also es hat jedes sein Platz, aber wenn ich was suche, dann zum Beispiel für die Waffe ist es in einem Fach drin, dann brauche ich was für die Kette oder für das Fahrwerk, muss ich zum Beispiel ein anderes Fach ran, dann finde ich das dann aber auch relativ zügig. Dafür müssen aber erst einmal alle Teile auch vorhanden sein. In der Regel fehlt beim Materialcheck immer wieder der eine oder andere Gegenstand. Wie beim Neuwagenkauf muss dann nachgefordert werden. Bezug nehmend auf das zivile Leben könnte man sagen, ja, wenn man sich persönlich ein neues Auto kauft, als Beispiel, wenn das ein Verbandskasten fehlt oder Ersatzreifen wäre ein Beispiel, da ist dann natürlich der Hersteller auch in der Pflicht, die Teile nachzuliefern. Den Soldaten gefällt ihr neues Arbeitsgerät, immerhin ist der Puma gespickt mit Hightech. Männerliebe für das eigene Auto ist dann aber doch etwas anderes. Ja, das ist der erste Neuwagen, den ich mir jetzt quasi geleistet habe. Ja, nee, das ist anders halt. Man hat logischerweise Materialverantwortung für die ganzen Fahrzeuge, das ganze Material, was auch alles sehr, sehr teuer ist. Vergleichen mit dem Privatkraftzett würde ich es nicht, weil das kann ich mir aussuchen, was ich mir für ein Fahrzeug habe. Hier muss ich das nehmen und dem arbeiten, was ich hier bekomme. Ja, es macht Spaß mit dem neuen Fahrzeug zu arbeiten. Wir haben jetzt schon ein halbes Jahr auf Lehren gewesen und das ist ein gutes Fahrzeug. Immer noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten, aber ich denke, der wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren wird es das geben und dann hoffentlich werden wir damit einen guten Ausbildungsstand erreichen. Norwegen Anfang 2012. Hier warten arktische Klimabedingungen auf den Puma. Schnee, Eis, Kälte und Nebel. Das Fahrzeug ist allwetterkampffähig. Es macht mittlerweile keinen Unterschied mehr, ob sie am Tag oder bei eingeschränkter Sicht, sprich bei der Nacht zu agieren haben. Die einzigen Einschränkungen, wie immer, hat man natürlich durch Witterungseinflüsse wie feuchten Nebel, Dunst, Regen. Das ist so, wie wir es mit unserem Auge wahr oder nicht wahrnehmen können. Das gilt natürlich in gleicher Weise für die Optiken. In Norwegen geht es sprichwörtlich um den Kaltstart. Trotz eisiger Temperaturen muss die Elektronik funktionieren. Der Ausfall von Sensoren an diesem Fahrzeug bedeutet, dass mir bestimmte Funktionalitäten oder bestimmte Messwerte nicht mehr zur Verfügung stehen. Über die Reihe der Sensoren, Lagesensoren, Temperatursensoren, Waffenstellungssensoren, Stellung-im-Raum-Sensoren optimieren das Fahrzeug und somit auch das Trefferhalten des Fahrzeuges. Bei Ausfall dieser Sensoren kommen wir nicht mehr dazu, dass Erstschusstreffer oder Treffer mit dem ersten Schuss erzeugt werden. Das heißt, höherer Munitionsansatz, verraten der eigenen Stellung, nicht erfüllen gegebenenfalls des Auftrages. Aber der Puma steckt auch die Kälte problemlos weg. Schleswig-Holstein, Bundeswehrschießplatz Todendorf an der Ostsee. Hier wird scharf auf Luftziele gefeuert. Genauer gesagt auf Schleppsäcke, die von einem Flugzeug gezogen werden und mit einer speziellen Sensorik ausgerüstet sind. Die registriert die vorbeifliegenden Geschosse und zeigt, wie dicht sie den Schleppsack passieren. Der bewegt sich mit rund 300 Kilometer pro Stunde. Die Schwierigkeiten beim Bekämpfen von Luftzielen sind klar, dass je näher das Ziel kommt, desto schneller muss der Richtschütze mit dem Ziel mitrichten. Die Waffe schwenkt dabei nach oben und irgendwann ist dann relativ schnell auch unsere maximale Rohrerhöhung erreicht, sodass wir die Ziele nicht mehr bekämpfen können. Die Waffe kann in der Vertikalen einen Schussbereich von minus 10 bis plus 45 Grad abdecken. Der Puma ist nicht für den Einsatz gegen schnelle Luftziele konzipiert worden. Dies übernehmen eigentlich Flugabwehrpanzer oder Raketensysteme. Es wird aber geprüft, ob sich der Puma bei Luftangriffen selber schützen kann. Also das Ganze ist ziemlich computergesteuert. Ich habe als Richtschütze, als Waffenbediener meine Waffenoptik, mit der ich dann auf das Ziel draufgehe und dann auch letztendlich mit dieser Waffenoptik das Ziel bekämpfe. Das Problem ist, dass die Puma-Crew das Luftziel erst einmal mit den Augen aufspüren muss. Auch wenn die weitreichenden Kameras der Waffenoptik sie dabei unterstützen. Wird das Ziel erkannt, steigen die Chancen im Ernstfall enorm, dies mit der Splitter-Munition abzuschießen. Ich habe die Möglichkeit, hier mit dem Laserentferungsermittler die Entfernung zu ermitteln und dann den Feuerkampf zu führen. Im Vergleich zum Marder zeichnet den Puma aus, das ist viel elektronisch. Ich muss einige Dinge, die ich beim Marder noch selbst bei Hand machen musste, werden hier durch den Computer berücksichtigt und erleichtern dem Richtschützen, dem Waffenbediener die Arbeit. Die ersten Versuche in Todendorf sind vielversprechend ausgefallen. Der Puma hat offenbar auch das Potenzial, schnelle Luftziele zu treffen. Truppenübungsplatz Munster. Neun Uhr morgens auf dem Fahrschulgelände des Ausbildungszentrums. Bevor die künftigen Puma-Fahrer hier ins Gelände starten dürfen, haben sie bereits zehn Trainingsstunden im Fahrschulsimulator absolviert. Einweisung, Überprüfung, Umschulung auf SPZ Puma. Wir werden heute das umsetzen, was wir euch in den Tagen, die wir hier im Gelände gewesen sind, zu vermitteln haben. Ob Umschüler oder Fahranfänger, alle Soldaten müssen das gesamte Programm meistern. Die Ausbildung dauert für erfahrene Panzerfahrer zwei Wochen. Dabei stehen zehn Fahrstunden im Gelände und Straßenverkehr auf dem Programm. Es ist ein völlig anderes Fahren. Die Bedienelemente sind zwar sehr ähnlich, aber ich muss auf viel weniger Dinge Acht geben. Das Fahrzeug nimmt mir viel mehr ab. Ich kann mich auf die taktischen Erfordernisse konzentrieren. Der Puma hat ordentlich Dampf unter dem Stahlblech. Der neu entwickelte 10-Zylinder-High-Power-Dieselantrieb ist Gewichts- und Volumenoptimiert. Die Leistung des Turboladers beträgt 800 Kilowatt oder umgerechnet rund 1090 Pferdestärken. Maximale Umdrehung 4.250 pro Minute. In Sachen Leistungsdichte ist das Triebwerk absolute Weltspitze. Dementsprechend kraftvoll und agil ist der Puma im Gelände unterwegs. Wenn ich hier auf den Pinsel trete, dann passiert schon was. Also dann geht es auch voran, auch im Gelände. Insbesondere, wenn man schön ein leichtwelliges Gelände vor sich hat, es gerade ausgeht und man dann drauf tritt, dann ist das schon ein wilder Ritt durch die Halter. In schwierigem Gelände ist der Puma aber eine Herausforderung für die Anfänger. Aufgrund der Turmanordnung muss der Fahrer unter Luke steuern. Er kann sich nur eingeschränkt über die Winkelspiegel orientieren und braucht gute körpereigene Messinstrumente. Das heißt, er muss mal ein Popometer etwas anstellen, damit er dann auch mitkriegt, dass die Bodenwelle vor ihm dann beginnt. Und wenn er in die Bodenwelle dann dementsprechend reinfährt, vorher das Gas wegnehmen, damit das Fahrzeug sauber in die Bodenwelle abtauchen kann und dann dementsprechend beim Rausfahren wieder das Gas gibt und somit sauber und ruhig die Bodenwelle durchfahren kann. Und das ist der Auftrag von uns, den Fahrstuhl dort hinzuführen. Bei der Entwicklung des Puma wurde großer Wert auf den Komfort und die Verringerung von Lärmbelästigung im Innenraum gelegt. Das neuartige Laufwerk senkt den Lärmpegel von 120 auf erträgliche 90 Dezibel. Harte Schläge federt das hydropneumatische System extrem ab. Also er hat ganz klar seine Vorteile im Rahmen seines Laufwerkes, weil es ja ein abgekoppeltes Laufwerk ist. Das heißt, die Schwingungen werden von dem Laufwerk mehr aufgenommen. Es ist halt nicht so eine direkte Übertragung, es ist viel weicher vom Fahren, gerade auch im Rahmen des Geländefahrens. Gegenüber dem SWZ Marder, der nun durch seine Drehstäbe direkt, sag ich mal, gefedert ist und somit also auch mehr die Schwingung auf das Fahrwerk abgibt. Was hier nicht der Fall ist. Nicht nur im Gelände, auch auf der Straße muss der Puma gezähmt werden. Dass er eine sichere Handhabung mit dem Gerät hat. Das heißt, dass er im Prinzip weiß, was er da vorne auf seinem Platz macht. Dass er sich an die Geschwindigkeiten hält, dass er vorausschauend fährt und das Gerät halt sauber im Verkehr führt. Dabei bietet der Puma einen großen Vorteil. Bei einer Vollbremsung kommt er wesentlich schneller zum Stehen als ein Auto, bei mehr als 30 Tonnen Gewicht. Für mich selber ist das, sag ich mal, auch schon irgendwo ein Meilenstein, dieses Fahrzeug im Rahmen der Kraftfahrtgrundausbildung, sag ich mal, ausbilden zu dürfen. Ja, weil das ist, sag ich mal, auch so das Vorzeigeprojekt der Bundeswehr. Und wir die einzige Einheit auch hier sind im Rahmen der Kraftfahrtgrundausbildung, die dieses Gerät im Rahmen der Ausbildung dann dementsprechend auch ausbildet. Und der Puma-Führerschein ist heiß begehrt. Munster, die Schulze-Lutz-Kaserne. Im äußersten Winkel des Geländes steht die Instandsetzungshalle für den Puma. Die meisten Fehlermeldungen und Serviceintervalle werden gleich hier von Technikern der Herstellerfirmen bearbeitet. Wenn Fehler auftreten, die jetzt die Serviceteams nicht abstellen können, dann wird natürlich sofort kompetente Leute oder die Fachmänner für bestimmte Systeme, wie zum Beispiel Peri oder sowas von Airbus, dann kommen hier natürlich die Teams raus aus den Motorhäusern und unterstützen uns hier so, dass es wirklich so schnell wie möglich die Schäden abgestellt werden können. Denn während der Einführungsphase sind die Puma noch Mangelware. Jeder ausgelieferte Schützenpanzer wird dringend gebraucht, um die Ausbildung der Grenadiere voranzutreiben und die Panzergrenadierbataillone damit auszustatten. Aber gerade bei der Einführung eines neuen Waffensystems, das zudem noch so komplex ist wie der Puma, ist der Fehlerteufel ein ständiger Begleiter. Und auch bei der Ausbildung geht zu Beginn schneller mal etwas kaputt, weil die Routine mit dem System noch fehlt. Natürlich sind auch Schäden, die durch Nutzung, auch durch Falschbedienung verursacht wurden, aber es sind natürlich auch fristgebunden. Gerade weil ein neues Waffensystem eingeführt wurde, müssen auch Fristen, die jetzt am Anfang noch niedriger gesetzt sind, wie zum Beispiel Schussbelastung, um zu gucken, kann die Waffenanlage so und so viel Tausend Schuss ab? Wie verhält er sich bei so und so viel Tausend Schuss? Und wenn gemerkt wird, okay, da ist noch kein Verschleiß dran, dann werden die Stunden- oder beziehungsweise Schussbelastung dann halt nach oben gesetzt. Erst die intensive Nutzung des Puma in den kommenden Jahren wird dafür sorgen, dass Erfahrungswerte gesammelt werden können. Diese fließen dann in die Betriebsvorschriften ein, auch für die Bedienung und Wartung im Feld durch die Soldaten. Einige Arbeiten werden einfacher, andere aufwendiger. Bei diesen Arbeiten ist das schon ein bisschen kniffliger geworden. Das ist ja so wie früher, wenn man die Kette sparen wollte beim Leopard, dass man da sozusagen eine Ratsche ansetzt und dann die Fahrerseite die Keulerseite ist und dann ein bisschen pumpt, hier ist das schon ein bisschen was anderes. Das wird dann alles hinten über den Exzenterspannern geregelt, da muss man jetzt diesen Kettenspanner einbauen, die Deckel da abstauben, das dauert schon ein bisschen länger. Die neuartige Stahlkette ist dafür ein Viertel leichter als die bisherigen Gleisketten. Auf der Schießbahn 5 in Munster wartet für das Führerpersonal nach der Richtschützenausbildung nun das Kommandantentraining. Spaß im erweiterten Sinne an der Ausbildung definitiv, das fordert einen das Gerät. Man muss komplex denken, auch durch die eingeschränkte Sicht im Panzer. Und das ist definitiv eine Motivation, Panzergrenadier zu sein mit dem neuen Schützenpanzer. Wer jetzt schon mit dem Hightech-Panzer arbeiten darf, gehört zu den Glücklichen in der Panzergrenadiertruppe. Viele Soldaten müssen noch etwas warten, bevor sie den Schützenpanzer 4.0 führen dürfen. Ich saß noch nie in einem Cockpit, aber das ist so wahrscheinlich das, was man am nächsten rankommt, ohne abzuheben. Zehn Wochen dauert die Ausbildung insgesamt. Im Modul 2 werden die Puma-Schüler darauf getrimmt, als Kommandant den Panzer und die gesamte Besatzung zu führen. Einzelziele müssen dabei in maximal 20 Sekunden, Doppelziele spätestens nach 40 Sekunden bekämpft werden. Dadurch, dass ich das Fahrzeug in der Regel mit einer geschlossenen Luke fahre und bediene und führe, ist es ein deutlicher Unterschied zum Marder. Beim Marder konnte ich immer durch die geöffnete Luke meinen Kopf rausnehmen. Ich konnte was sehen, der Turm war nicht so im Weg. Das muss ich jetzt alles über mein Periskop machen, über die Winkelspiegel machen. Von dem her ist es schon schwieriger auf dem Puma. Für jemand, der vom Marder kommt, für jemand, der das auf dem Puma lernt, denke ich, ist das absolut in Ordnung. Die ersten Erfahrungen zeigen ganz deutlich, dass die sogenannte Gamer-Generation fast spielend mit dem Hightech-Panzer klarkommt. Doch trotz einer ausgefeilten Mensch-Maschine-Schnittstelle, der intuitiven Bedienung, seiner technischen Raffinessen und der unbändigen Kraft. Ein Spielzeug für große Jungs ist der Puma deshalb noch lange nicht. Das kann man nicht als Spielzeug vergleichen. Wenn man damit rumspielt, wird man leichtsinnig, man macht Fehler. Das wird gerade mit dem Fahrzeug noch mehr bestraft. Aufgrund des Turms, der Bauweise und schon allein durch seine Ausmaße. Also das werde ich verneinen. Jeder Kommandantenschüler feuert in seiner Ausbildung gut 50 Patronen ab. Dabei lautet die Devise, der erste Schuss muss sitzen. Das soll im Einsatz helfen, die wertvolle Munition nicht sinnlos zu verballern. Das gilt ebenso für die Dunkelheit. Zwar muss man sich an die Bilder der Nachtsichtoptiken zu Beginn etwas gewöhnen. Aber verborgen bleibt damit auf dem Gefechtsfeld praktisch nichts. Da wir mit dem Wärmebildgerät arbeiten und da wird sozusagen die Nacht auch zum Tag gemacht. Also die Optiken zeigen haargenau das Gleiche. Die Kampfentfernungen bleiben gleich. Keinerlei anscheinend. Der Puma ist rund um die Uhr einsatzfähig. Die Schwachstelle des Systems ist, wenn überhaupt, der Mensch, der Pausen und Schlaf braucht. Damit die gering ausfallen, nimmt der Puma seinen Crews viele Aufgaben ab. Damit sie im Einsatz möglichst lange durchhalten. Zurück in Munster, im Pumakäfig. Drei Crews aus dem Panzergrenadierbataillon 33 bereiten sich auf eine sogenannte angeleitete Ausbildung vor. Dabei üben die Fahrer, Richtschützen und Kommandanten das Zusammenspiel mit den Panzergrenadieren des Schützentrupps. Dieser Ausbildungsabschnitt dauert vier Wochen. Im Schritttempo geht es ins Übungsgebiet. Dort werden der sogenannte aufgesessene Kampf und das Absitzen geübt. Der schnelle Wechsel der Kampfweise ist das Markenzeichen der Grenadiere. Lagekarten aus Papier sind dabei Geschichte. Bei dem Gladius-System handelt es sich um die elektronische Lagekarte. Hier werden mir Feindmeldungen dargestellt, sowie meine eigenen abgesessenen Schützentrupps, sowie meine Positionen meines eigenen Pumas. Ich kann eine Skizzen versenden, um den Schützentrupps zu zeigen, welche Bewegungsachse sie sich bewegen sollen, wo sie absitzen sollen. Alles relativ einfach und relativ schnell, was es früher bei Marder eigentlich gab, wo alles mit der normalen Karte geführt wurde. Ein paar Fingertipps auf dem Touchscreen reichen aus, um das Datennetz mit entscheidenden Informationen zu füttern. Praktisch wie auf dem Smartphone bekommt die Usergroup sofort eine akustische Info, dass es etwas Neues gibt. Digitale Vernetzung vom Kommandeur bis hin zum einzelnen Soldaten, der mit dem System Infanterist der Zukunft unterwegs ist. So entsteht ein Datenfluss über alle Führungsebenen hinweg. Dadurch, dass der Schütze jetzt genau weiß, wo muss ich absitzen, ich bin jetzt an dem Punkt, das ist meine Bewegungsachse, dort soll ich lang und ich weiß genau, wo der Feind steht. Das ist eigentlich ein Fährorientieren fast unmöglich geworden. Charlie auf hier, Charlie abkommen. Ja, wir haben uns jetzt an die Kreuzung herangeschoben, derzeit keine Feindaufklärung. Ihr könnt nachziehen, kommen. Die Soldaten müssen lernen, nur wichtige Infos zu versenden. Und sie dürfen traditionelle Fähigkeiten wie die Rundumsicherung deshalb nicht vernachlässigen. Jetzt mit dem System IDZ-ES, mit den elektronischen Komponenten, sind wir in der Lage, zum Beispiel Feindmeldungen, die der Schützentrupp aufklärt, an seinen Panzer weiterzugeben und diesen damit vorzuwahren, ihm gegebenenfalls auch Ziele zuzuweisen. Der neue Schützenpanzer Puma ist zusammen mit dem erweiterten System Infanterist der Zukunft so etwas wie der Schützenpanzer 4.0. Und das letzte Update ist noch lange nicht in Sicht. Denn im Hightech-Panzer aus Stahl, dem Puma, steckt noch enormes Potenzial. Untertitelung des ZDF für funk, 2017